Nachgegeben, dann habe ich mit einer gelebt, habe ich mit ihr Kind gehabt. Die haben mich dann mit meinem Kind und meinen Ersparnissen verlassen. Die mussten dann mit ihr leben. Das hat mich ausgehalten. Dann habe ich das Mögliche gemacht, nur ich nicht Studium abschließt. Und zwar immer das Grundequenz, immer abschließend, abschließend und abschließend. Und das erwähne ich jetzt in dem Moment, dass ich damals, das ist damals angeschlossen. Dann wäre ich jetzt nicht sofort.